Es war einmal ein reicher Kaufmann. Seine Lieblingstochter hieß Belle. Durch einen furchtbaren Sturm verlor der Kaufmann sein Vermögen und seine Familie stand vor dem Ruin. Aber das Glück war ihnen wiederholt. Wir sind gerettet, Kinder! Wir brauchen neue Kleider, Parfum und wir machen eine Liste. Aber nichts vergessen! Und was soll ich dir mitbringen? Ich möchte nur eine Rose. Der Kaufmann verirrte sich im Wald und dort machte er eine fantastische Entdeckung. Ist da jemand? Unglaublich, hier gibt es alles. Naja, fast alles. Die das Leben der Seinen verändern sollte. Meine Geschenke sind dir nicht genug? Für wen ist diese Rose bestimmt? Für meine jüngste Tochter. Er sagte, ein Leben für eine Rose. Und wenn ihr euch weigert? Dann müssen wir sterben, wir alle. Belle! Nein, Vater! Trage mich zu diesem Schloss und bring mich zu der Bestie. Mein Name ist Belle. Ich will mein Leben für das meines Vaters geben. Glaub ja nicht, dass du fliehen kannst. Der Wald würde dich verschlingen. Wem gehört dieses Schloss? Alles hier gehört mir. Ihr sprecht wie ein beliebiger Mensch. Das enttäuscht mich. Ich könnte dir jeden Wunsch erfüllen. Ihr kleidet euch wie ein Prinz und doch seid ihr nur eine einsame, schreckliche Bestie. Was weißt du von mir? Nichts. Es ist vielleicht besser, wenn ihr nicht an eure Vergangenheit denkt. Du hast recht. Du füllst eine unendliche Leere. Ihr könnt mir vertrauen. Das kommt aus einem verlassenen Schloss. Wenn ich dich da hinbringe, holst du den Rest des Schatzes und begleist meine Schulden. Wenn ihr nicht wiederkommt, muss ich sterben. Lasst mich zu ihm zurück. Das ist mein einziger Wunsch. Mein einziges Sehnen. Heute denken wir an die Bedürfnisse dieses jungen Mannes. Sollte er Führung brauchen oder einfach einen Gürtel, um seine viel zu weiten Hosen auf der Hüfte zu halten. Amen. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Ich bin bereit.